herzlich willkommen liebe scharfreunde mein name ist marcus rager und ich freue mich dass ihr euch in einer zweiteiligen serie grünfeld indisch vorstellen kann grünfeld indisch ist meine lieblingseröffnung sie ist nach ein österreicher benannt nach ein ernst grünfeld und sie zeichnet sie dadurch aus dass schwarz dem weißen das zentrum überlasst aber das zentrum dann sofort mit aktiven figuren spiel angreift grünfeld indisch führt zu sehr dynamischen stellungen zu sehr spannenden partien das ist der grund warum mir das gern spiel und warum ist euch in der videoserie empfehle was auch noch etwas besonderes im grünfeld inder ist ist das gegen fast alle weißen systeme hat schwarz mehrere gute möglichkeiten also es wird nie passieren dass grünfeld indisch widerlegt ist weil wenn es einmal in einer variante irgendwelche probleme gibt hat schwarz viele alternativen und kann gute andere wege finden in dem sinn wünsche euch viel spaß beim durchschauen von den inhalten der dvd in dem teil werden wir uns dem zug cd5 widmen und nach springer d5 die züge e4 läufer d2 springer a4 und viele andere systeme anschauen